Ein Opel Corsa ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige schwarze Kleinwagen hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 113.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, elektrischer Seitenspiegel, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Der Benziner hat eine Leistung von 80 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017